So, weiter kann es gehen in meinem Let's Play Obscure 2 mit mir, Boom36, und wir machen jetzt weiter, und das ist auch in den letzten zwei Videos, haben wir es geschafft, Schuhen zu retten. Ist sie gut. So, raus hier. Äh, das war vielleicht ein Abenteuer. Naja, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Ja, die reden die ganze Zeit. Sollte sie vor anderen stehen bleiben, oder was? Entschuldigung, aber das ist ein bisschen nervig. Weil ich nicht weiß, wo ich hin muss. Doch, ich muss ins Keller. Ich muss in den Keller, aber ohne Schlüssel komme ich nicht in den Keller. Und jetzt bin ich schon wieder auf dem Bad rum. Oder im Bad rum, was auch immer. Okay. Äh, lass uns wieder rausgehen. Hm, wo muss ich hin? Hier ist nichts, okay. Ähm, hier wird auch nichts sein. Okay. Was ist das? Okay, nichts. Dann gehe ich wieder durch die Tür. Komm mal her und schieb das mal wieder da hin. Das kann nicht sein! 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 Ja, ist ja gut. Für den finden wir, findet oben einen Schlüssel irgendwo? Hey, die Zellers sind downstairs! Ja, ich weiß, dass die Keller unten sind, aber das Problem ist, und dann ist nichts. Okay, dann nach unten. Den jungen Schlafsaal möchten wir jetzt nicht. Alles klar. Ich glaube, wir sind hier in dem Frauenschlafsaal. Denn das wollen wir ihr Zimmer. Also durch die Tür. Wir wollen jetzt zum Keller. So. Da muss der Keller sein. Oh Gott, so und so. Ja, und jetzt. Jetzt. Do you think we're gonna get out of this land? Of course. Trust me. Thanks for being here. I love you, big sister. Now June, just concentrate, okay? June, you see the wire? The door is powered. You can pass through there. What was that saying? 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 What's that saying? I'm dying from fear, Spoon. June has always been there for me. She's gonna make it. Don't... Oh, my God. Oh, my God. Pffft. Okay. Nochmal. This thing is old. This thing is old. There's a dial to adjust the picture. June, we see you. I'm scared of 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 you. June, you see the wire? June, you see the wire? The door is powered. You can pass through there. Do you think we're gonna get out of this room? Of course. Trust me. Thanks for being here, Mae. I love you, big sister. Now, June, just concentrate, okay? Okay. I'm on track. By the way, and here. Oh, my God. Bleib da, do you like a monster! Oh Gott, das ist nur der einzige Weg, oder was? Pff, okay, und jetzt? Ach Gottchen! Pff, okay, alles klar, alles klar, alles klar. Bitte, lass da irgendwas Brauchbares drin sein. Los geht's. Verdammt, die verrückt mich gleich schon wieder. Ich sehe nichts. Oh Gott. Und jetzt? Sie stirbt mir gleich wieder, das ist doch zum Kotzen. Ja, es ist mir jetzt egal, ob ich jetzt wieder Zeitung beschreitet oder nicht. Ich will einfach nur noch sie heilen, irgendwie. Wir sehen uns im nächsten Mal, bis dahin gleich. Ciao. Und jetzt? Wir sehen uns im nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich bin froh, dass wir vielleicht oder nicht noch sie sind? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.